Shabbat Shalom, meine Freunde. Ich freue mich heute sehr, heute den Midrash zum Wochenabschnitt zu halten. Shabbat Shalom, дорогие друзья. Ich bin sehr froh, heute den Midrash zu halten. Wir haben diese Woche den Wochenabschnitt Teudot gelesen, über die Geburt Jesaus und Jakobs und von ihrem Kampf im Mutterleib bis zum Kampf über das Erstgeburtsrecht und den Segen ihres Vaters Israaks. Wir haben darüber gesprochen, über die Begründung von Jakob und Israaks, über die Begründung der Mutterleib bis zum Erstgeburtsrecht, über das Erstgeburtsrecht, über das Erstgeburtsrecht. Wir lernen auch über Israak und das Land Kanaan und die Schwierigkeiten, die er überwältigen musste. Am Ende lesen wir, wie Jakob mit einer List den Segen des Erstgeborenen, seines Bruders Esau, für sich selbst, für sich von ihrem Vater Israaks nimmt. Und in der Ende lesen wir auch schon wieder читieren, wie Jakob mit der Begründung der Begründung, die Israak für Israak vorbereitet, wie er es sich selbst nimmt. Es ist sehr interessant, dass wir sehr viel über Abraham und Jakob im ersten Buch Mose lesen, aber über Israak und seinen Charakter lesen vergleichsweise wenig. Und es ist sehr interessant, dass wir sehr viel über Abraham und Jakob im ersten Buch Mose lesen, aber über Israak in dieser Woche bekommen wir über Israak mehr Aufschluss. Aber in dieser Woche haben wir über Israak mehr Aufschluss. Wir lesen, dass das Land Kanaan sich in einer Hungersnode befindet. Und Israak will das machen, was wir von uns im ersten Moment denken würden. Er will nach Ägypten, um sich und seine Familie vor der Hungersnode zu retten. Aber auf dem Weg dahin spricht Gott zu ihm und sagt ihm, er soll im Land Kanaan bleiben und auf ihn vertrauen, als folge wird er ihn segnen. Aber auf dem Weg in Ägypten, Gott sagt ihm, dass er in der Land Kanaan bleibt, und dass er ihm gewinnt, und er solltet ihn, und er solltet ihn. Und er solltet ihn, dass er sein Vater, Abraham, er solltet ihn, und er solltet ihn. Und wir sehen, dass er die Fälistien, die das feststellen, die das feststellen, und die die Abrahams auf dem Land Kanaan haben, er solltet ihn. Und er solltet ihn, er solltet ihn. Und er solltet ihn, er solltet ihn. und hört auf Gott. Weiter lesen wir, dass Isak die Brunnen seines Vaters frei gräbt. Mein Heim findet das lebendige Wasser. Genau das, was er gebraucht hat. Das ist kein Zisternbrunnen, wie bei den Filistern, die nur Regenwasser sammeln, sondern ist lebendiges, fließendes, frisches Grundwasser, welches er mitten, in der eine Hungersnode unbedingt braucht. Das ist das Resultat von Isak's Gehorsam, lebendiges Wasser. Wir lesen öfters über lebendiges Wasser in der Bibel, weil es für Leben, Langhaltigkeit und Überfluss steht. Wir lesen auch, dass der Herr von sich selbst als die Quelle lebendiges Wasser spricht. So wie im Buch Jeremia, Kapitel 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich zistern zu graben, löchrige Zistern, die kein Wasser halten. Wir sehen also, wir können uns entweder für Gott entscheiden, für die Quelle lebendigen Wassers oder für eine Sistern. Das Problem ist aber, dass die Sistern haben kein eigenes Wasser, oder wenn sie Regenwasser sammeln, es ist abgestanden, dreckig, ungenießbar oder unbegrenzt. Aber das Volk hat die Quelle verlassen. Unser Mashiach Jeschua sagt auch ein paar Sachen zu lebendigen Wassern. In Johannes Kapitel 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden ströme lebendigen Wassers fließen. Kapitel 7, Vers 38. Oder Johannes Kapitel 4, Vers 10. Jeschua antwortete und sprach zu ihr, Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er gebe dir lebendiges Wasser. Jeschua sagte ihr auch in Antwort, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird Ewigkeit nicht dursten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Wir lesen auch Offenbarungen, Kapitel 7, Vers 17. Wir lesen auch Offenbarungen, Kapitel 7, Vers 17. Denn das Lamm, das inmitten des Throns ist, wird sie weiden, und sie leiten zu lebendigem Wasserquellen, und Gott wird ihm abwischen alle Tränen von ihren Augen. Jesus will, dass wir lebendiges Wasser haben, und dass wir es in uns haben, denn seine Quelle ist unendlich. Und wenn wir es in uns haben, dann fließt es aus uns. Und um es in uns zu haben, müssen wir das Wort des Herrn in uns haben. Denn wenn das Wort in uns ist, dann verändert es uns und ein Teil unserer Identität. Denn wenn das Wort in uns ist, dann ändert es uns, und es wird uns als Teil unserer личität. Wir müssen Jeshua ähnlicher werden, der die Quelle des lebendigen Wasser ist, und nicht den Zistern, die kein Wasser halten kann. Dann müssen wir die alten Brunnen wieder aufgraben. Und deswegen will ich uns nochmal ermutigen, dass wir alle die Schaufel nehmen und die alten Brunnen aufgraben. Und deswegen will ich uns noch einmal ermutigen, dass wir alle die Schaufel nehmen und die alten Brunnen aufgraben. Wie macht man das? Indem man einfach anfängt. Und wie es geht, muss man das anfangen. In geistlichem Sinne, man muss nicht lange überlegen, sondern wir müssen die Bibel aufschlagen und loslesen. So füllt man sein Herz mit dem Wort und mit lebendigem Wasser. Ich danke meinen Eltern, dass sie mich bis zu meiner Benützer geführt haben. Ich danke auch sehr den ältesten André und unserem Rabbi Wladimir, dass ich hier lernen darf. Ich danke auch sehr den ältesten André und unserem Rabbi Wladimir, Besonders danke ich meinem Lehrer Maximus, dass er mich zu diesem bedeutsamen Tag vorbereitet hat. Und ich möchte besonders bedanken meinen Lehrer Maximus für das, dass er mich auf diesen Moment vorbereitet hat. Amen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.